Nordwestdeutscher Rundfunk Hamburg Es spielt Michael Reimers Michael Reimers Michael Reimers Michael Reimers Michael Reimers Musik 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 Achtung, der planmäßig ankommende Personenzug aus Kassel um 20.01 Uhr mit Weiterfahrt nach Flensburg verspätet sich voraussichtlich um 15 Minuten. Musik 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 Michael, wenn ich dich nun sehr darum bitte. Musik 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 Tommi ist Arzt und ein großer Musikkenner. Außerdem sammelt er alte Plastiken. So, jetzt habe ich also Tommis vollständigen Steckbrief. Ja, und nun sollst du ihn auch persönlich kennenlernen. Und darum kommst du jetzt mit zu uns. Musik Den habe ich extra für Sie aufgehoben, Tommi. Drei Sterne. Kann ich gerade gebrauchen, Frau von Artenfels. Warum ist denn Hanna eigentlich nicht mitgekommen? Frau von Artenfels, warum? Man müsste Klavier spielen können. Prost! Prost! Sie wollen doch nicht etwas sagen, dass Hanna und diese Herr Reimers... Jedenfalls hat er gespielt wie ein junger Gott. Na, und wenn man dann noch so aussieht? Sie sehen doch auch so aus. Sogar sehr so. Vielen Dank, Frau von Artenfels. Aber bei mir riecht sogar der Frack nach Karbon. Pfui, Tommi. Minderwertigkeitskomplexe? Keineswegs. Aber ich muss bekümmert feststellen, mir gefällt der Reimers auch. Das ist aber schlimm, Tommi. Sehr schlimm. Wenn ich aus diesem Grund noch um einen gebeten haben dürfte. Oh, Tommi. Na, Ella Brock, ausgesöhnt mit der Regierung. Ich hab's ja gewusst. Die Kerle schaffen's. Ich bin am Kontinent desinteressiert. Meine Interessen liegen im Übersee. Und ich sage Ihnen, wir werden uns alle noch wundern, was die aus Deutschland machen werden. Na, warten wir's ab. Fragen Sie mal meinen Jungen. Ja. Im Zuge der Neuerndung der Welt werden wir kein Volk ohne Raum bleiben. Ich sage Ihnen, meine Herren, unser Führer. Frau von Artenfels. Was? Nicht so viel trinken? Tommi. Wollen Sie sich inzwischen mit mir trösten? Gesteine mir. Übrigens reizend, ihr Töchterchen. Tolle Person, die Osthus. Ja. Etwas dummisch, der Ella Brock. Ja. Sagen Sie, Herr Ella Brock, welches Datum haben wir heute eigentlich? Heute, Frau Konsul, den 30. Ja, das sagt man mal auch. Aber das stimmt doch nicht. Am 30. hat Ihre Tochter doch Geburtstag, nicht? Ja, Sie haben vollkommen recht, Frau Konsul. Es ist wirklich unerhört, dass Hannah an ihrem heutigen Geburtstag uns alle hier so warten lässt. Ah, meine Herren, Sie blicken ja recht verträumt in meine Festbeleuchtung. Na, da wollen wir mal etwas Dampf dahinter setzen. Verzeihung, Frau Konsul. Ella Brock zückt seine Henry Klee. Bitte sehr, meine Herren. Das hat was zu bedeuten. Unsinn, Osthus. Ich bin heute ausschließlich glücklicher Vater eines Geburtstagskettes. Möchte nur wissen, wo die Grabe so lange steckt. So. Nun sag mir das bitte noch einmal. Aber Hannah, du ärgerst dich doch nicht etwa. Ärgern? Ich? Ich möchte es nur noch einmal ganz genau hören. Tommi hätte so etwas nie gesagt. Mhm. Tommi nie. Aber ich. Also ich habe gesagt, Musiker kann man nicht einfach werden, weil es einem gerade Spaß macht. Und weiter? Und weiter? Ähm. Es ist nicht nötig, dass jede höhere Tochter... So wie ich? Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ja. Bitte weiter. Dass jede höhere Tochter... Äh. Jetzt hast du mich vollkommen rausgebracht. Jetzt kommt das doch mit der Nähmaschine und dem Klavier, ne? Ach so, ja. Also ich habe weiter gesagt. Nur weil ein junges Mädchen zufällig den Unterschied zwischen Dur und Moll kennt. Nähmaschine. Oder ein Klavier von einer Nähmaschine unterscheiden kann. Braucht es nicht unbedingt ans Konservatorium laufen und versuchen Musik zu machen. So war es doch, ne? Ja. Na? Und habe ich nicht recht? Recht? Mein lieber Michael, jetzt will ich dir mal was sagen. Wie spät? Gleich halten. Warum sagst du eigentlich gar nichts? Ja, was soll ich denn sagen, Onkel Karl? Was soll ich denn sagen, Onkel Karl? Was soll ich denn sagen, Onkel Karl? Wie spät? Gleich halb. Du musst Hanna jetzt endlich mal energisch die Meinung sagen. Wenn sie kommt. Also, Dr. Wetter, willst du die Hanna heiraten oder ich? Du. Ich? Ja, du. Du willst, dass wir uns heiraten. Lächerlich. Wie spät? Gleich halb. Ich will, dass ihr euch heiratet? Gut, das will ich auch. Ist ja auch nicht unbedingt notwendig, dass so eine alte Firma wie Ellerbrock und Benninghoff in fremde Hände kommt. Jetzt möchte ich nur wissen, was das mit Hanna und mir zu tun hat. Aber du bist Akademiker, deswegen verstehst du das nicht. Also, der einzige Sohn von William Benninghoff kann die Firma nicht übernehmen, weil er nämlich Arzt geworden ist. Immer noch böse deswegen? Ach, Quatsch. Und der einzige Sohn vom alten Ellerbrock kann die Firma auch nicht übernehmen, weil er nämlich ein Mädel geworden ist. Verstanden? Und wenn ihr euch heiratet, dann bekommt ihr doch Kinder. Natürlich bekommt ihr welche. Das weiß ich doch besser. Und bis der älteste Junge groß ist, so lange mache ich schon auch mit. Ich schätze ich nicht mehr. Ich finde die Großartig. Ich habe einen großen Sohn, der Gewalt nicht mehr geblendet ist. Ich bin froh. Hallo. Vielleicht sind wir im falschen Haus. Weißt du wirklich, dass du hier wohnst? Aha. Guten Abend, mein Herr. Oh, Sie gestatten wurden. Du, Michael, wie spät ist das denn eigentlich? Steht. Auf wieviel Uhr denn? Halb vier. Du, zeig mal her. Tut die Uhr, geht's. Es ist halb vier. Sehr guten Morgen, liebste Hannah. Morgen, Michael. Manu, schlecht geschlafen? Ich bin unglücklich. Weil der Geburtstag schon vorbei ist? Ich hatte mich so aufs Tanzen gefreut. Was möchtest du denn hören? Einen Walzer. Ich bin doch nicht unmusikalisch. Nein. Nein. Seid ihr auch kein Mensch behauptet? Doch, du. Das ist doch wahr. Das ist doch wahr. Das ist nicht wahr. Das ist doch wahr. Zum Donnerwetter, ich hab gesagt, du bist unbegabt. Leion, das bist du wahr. Du bist. Das ist doch wahr. Du bist. Das ist doch wahr. Vielen Dank. Hanna! Karelchen! Schon auch? Du bist doch nicht so ungewöhnlich, Michael. Du Karelchen! Ach so, ihr kennt euch ja noch gar nicht. Also, Karelchen, das ist Michael. Bleib doch sitzen, Michael. Das ist Vater. Da bin ich aber froh, dass ihr euch endlich kennenlernt. Sehr erfreut, Herr Ellerbrock. Bleib doch sitzen, Michael. So, Karelchen, du musst auch sagen, dass es dich freut. Den Täubel will ich tun. Und Sie, verehrte, werden mir gütigst erklären, was Sie am frühen Morgen in meiner Küche zu suchen haben. Nichts. Er hat alles. Du darfst uns gratulieren. Wir haben uns verlobt. Was ist denn? Karelchen! Ja, ist es denn wahr, Hanna? Ja, Vater. Herr Ellerbrock, ich erlaube mir, Sie um die Hand, Ihre Tochter... Nein, 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 nein. Bitte nicht alles auf einmal. Das ist zu viel. Aber ich bin schrecklich glücklich. Schau dich mal. Was bekommst du eigentlich so für ein Konzert? Genug, dass wir beide davon leben können. Nicht, Michael? Da. Na, ein bisschen was bekommt ja meine Tochter auch, wenn sie heiratet ist. Hanna. Und Tommy? Einen Augenblick, bitte. Herr Doktor kommt gleich. Woll ein Ellerbrock? Na, nur so früh. Ich weiß immer, Jan, ich brauch sie nachher noch, ja? Hallo, Hanna. Nein, ich hab Zeit, ich bin gerade fertig. Was? Warum du uns im Stich gelassen hast? Aber Hanna, du wirst schon einen Grund gehabt haben. Na also. Wie bitte? Sitze, setzen. Warum? Ja, ja, ich sitze. Ich habe mich nämlich verlobt. Ich gratuliere, Hanna. Äh, darf man fragen? Mit Michael Reimers. Ach. Reimers. Natürlich freue ich mich. Für dich, Hanna. Aber auf nüchternen Magen ist das ein bisschen viel. Weißt du? Ach, Tommy, jetzt tust du mir beinahe leid. Heute Nachmittag? Du, das geht leider nicht. Wir fahren nämlich gleich weg. Zu Michaels Mutter. Die alte Dame wird sicher sehr glücklich sein. Na ja, zu so einer Schwiegertochter kann man jede Mutter nur beglückwünschen. Gut, Hanna, wenn du zurückkommst. Danke, Hanna. Danke. Wünsche ich dir auch. Wiedersehen. Sie wollten mich noch sprechen, Herr Doktor. Bitte? Ach ja, richtig, ja. Ich habe da zwei Karten für morgen Abend, für die Oper. Bei mir ist leider etwas dazwischen gekommen. Hätten Sie nicht Lust? Danke, Herr Doktor. Es sind bestimmt ganz ordentliche Plätze. Schönen Dank, Herr Doktor. Ich, ich brauche doch nur eine. Die andere können Sie verschenken. Schönen Dank, Herr Doktor. 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 Siehst du, und das ist sein Vater. Ich kann ja rausgehen. Was? Tu das, mein Junge. Wir brauchen dich nicht. Was soll ich denn machen? Im Sand spielen? Mit dem wirst du es nicht leicht haben, Kind. Aber so sind die Reimers Männer immer. Müssen ständig das letzte Wort haben. Ja, aber nur, weil sie nicht wissen, wann wir aufhören. Nicht wahr, Michel? Das ist ja unfair. Zwei gegen einen. Ich gehe jetzt in den Stall und knauere Eier. Auch gut, mein Junge. Aber lass dich nicht dabei von mir erwischen. Tschüss, Michel. Bist du glücklich, Kim? Sehr glücklich. Und du wirst immer zu ihm halten? Natürlich. Auch dann, wenn es euch mal nicht so gut geht, Hanna? Dann erst recht, Mutter. Noch nicht die Augen aufmachen. Wo sind wir hier eigentlich? Im Paradies. Darf ich jetzt die Augen aufmachen? Ja. Und hier, gnädige Frau, sehen Sie das Arbeitszimmer und die Bibliothek des jungen Paares. Schön. Wunderschön. Und das ist Thomas' Hochzeitsgeschick? Ja, die Suchenden. Wunderbar. Sie suchen das Licht in der Finsternis. Kann man das sehen? Das Licht? Wir nicht. Nur Sie. Und was sagt Ihnen das Licht? Ich heiße euch hoffen. Ich heiße euch hoffen. Du, Hanna. Pass mal auf. Mit einer Hand kann ich aber nicht spielen. Dann musst du mir schon helfen. Was wollen wir denn spielen? Weiß ich nicht. Ich bin unmusikalisch. Oh. Was sind das für Töne? A, M, M, E. Affe! Das bist du. Und du willst unmusikalisch sein? Komm. Du sag mal. Seit wann weißt du eigentlich, dass du mich liebst? Oh, schon sehr lange. Und du? Schon immer. Ich bin unmusikalisch. Ich bin unmusikalisch. Was ist das für Töne? Ich bin unmusikalisch. Krieg! Krieg? Du, Michael, wenn es Krieg gibt, musst du dann nicht? Wahrscheinlich. Und wenn ich es nicht will? Dann natürlich nicht. Der Wehrmacht-Bericht liegt noch nicht vor. Wir bringen ihn voraussichtlich um 15 Uhr. Noch Friedensware. Ja, na wette, das ist ja eine Henry Klee. Und davon können Sie sich trennen? Sie? Dahinter steckt doch was. Unsinn, Osthus. Ellerbrock, Ellerbrock. Immer wenn Sie mir eine Henry Klee angeboten haben, musste ich sie später teuer bezahlen. Übrigens, was machen Ihre Sperrballons? Ich bin voll ausgelastet. Sehen Sie, es geht auch ohne Übersehen. Man muss eben nur verstehen, sich umzustellen. Das haben Sie ja getan. Das muss Ihnen der Neid lassen. Na, aber nun wollen wir mal zur Sache kommen. Wo drückt denn der Schuh? Ist die UK-Stellung von Reimers wieder mal abgelaufen? Nein. Aber wissen Sie, lieber Osthus, in Berlin, da fabriziert man doch jetzt Professoren am laufenden Band. Und da dachte ich... Und Ellerbrock weiß doch alles. War doch selbst stolz, als mein Junge damals Ministerialrat wurde. Und drei ist elf. Und vier ist fünfzehn. Und neun ist vierundzwanzig. Einundzwanzig. Und sieben ist siebenundzwanzig. Achtundzwanzig. Michael! Ja, die Frau sollte nicht rechnen, sondern Klavier spielen. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an mich erinnern. Doch, 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 ich erinnere mich. Ich hab Sie doch mal irgendwo gesehen. Sind Sie nicht? Na, wer? Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass du nie wieder weg darfst. Tu ich auch nicht. Du, wie kommt das, dass du heute schon hier bist? Ich bin geflogen. Von Rom nach München in nicht einmal vier Stunden. Wie hast du gespielt? Großartig, wie immer. Und wie war das Orchester? Mittelmäßig, wie immer. Und der Erfolg? Überwältigend, wie immer. Man hat mir die Pferde ausgespannt. Man hat mich auf Schultern getragen. Wer hat's? Wer? Mann. So was macht immer Mann. Du? Sind die Herrschaften zu sprechen? Ich werde mal nachfragen. Bitte sehr. Wen darf ich melden? Osthus Junior. Weiter nichts. Wenn es Ihnen Spaß macht, dürfen Sie noch einen Ministerialrat davor setzen. Einen Augenblick bitte. Bitte sehr. Besuch? Du, das passt mir aber jetzt gar nicht. Wer ist denn da? Ein Herr Ministerialrat Osthus Junior. Ja, natürlich. Ich lasse bitten. Führen Sie ihn bitte hier herein, ja? Bitte. Sag mal, muss denn das gerade jetzt sein? Du, das ist sehr wichtig. Die Herrschaften lassen bitten. Großartig. Darf ich bitten? Danke sehr. Ich rufe. Danke sehr. Danke. Dass du sein... ... ... ... Bitte. Ewald Osthus höchstpersönlich. Wie schön, dass Sie uns auch mal besuchen. Wie geht es Ihnen, Ewald? Gott, wie es einem viel geplagten Staatsbeamten heute an der Heimatfront so geht. Aber sie braucht man wohl gar nicht erst zu fragen. Junge, schöne Frau eines gefeierten Künstlers. Ihr Mann hat ja tolle Erfolge. Haben Sie Michel schon gehört? Leider nicht, Keller. Zeitmangel. Aber in diesem speziellen Fall vertraue ich ganz auf meinen alten Herrn. Man muss natürlich auch aus eigener Anschauung wissen, wen man sozusagen zur Beförderung vorschlägt. Da ist mein Mann. Herr Ministerialrat Osthus, Michel. Erinnerst du dich? Ihr erzählt er dir doch. Der Ministerialrat ist der Sohn von Konsul Osthus. Und in Berlin. Jetzt müssen Sie natürlich so tun, als erinnerten Sie sich ganz genau, Herr Reimers. Darf ich bitte? Danke. Übrigens, sehr hübsch, wie Sie hier wohnen. Fast wie in einer Kirche. Finden Sie? Kein Schatz. Ich meine nur wegen der Figuren da. Was sind denn das für komische Heilige? Das kommt mir so bekannt vor. Barlach. Nicht wahr? Nein. Ein Barlach ist ja leider nicht zu bekommen. Weil er verboten ist. Barlach ist tot. Natürlich. Aber vorher war er bereits verboten. Einen schöpferischen Menschen kann niemand verbieten. Man kann. Man kann sogar noch viel mehr, Herr Reimers. Ihn ausrotten. Ihn und alle seine Schüler. Aber Sie sind ja Musiker, Herr Reimers. Reizend, Ewald. Ich hatte schon Angst, es sollte über Kunst gestritten werden. Reiten? Nein. Wir stellen nur fest, dass wir grundverschiedene Ansicht sind. Aber doch wohl nur in künstlerischen Fragen. Oder auch weltanschaulich? Kunst und Weltanschauung sind für mich eins, Herr Ministerialrat. Sehr interessant. Möchtest du uns nicht was vorspielen, Michel? Herr Ministerialrat Osthus hatte ich noch nicht gehört. Nein. Nein, nein, bitte bemühen Sie sich nicht, Herr Reimers. Meine Zeit ist nur kurz bemessen. Für Dienst, entschuldigen Sie. Hanna. Es war interessant. Wirklich sehr interessant. Herr Reimers. Herr Ministerialrat. Herr Ministerialrat. Ich habe Angst, Michel. Angst? Wovor denn? Schreckliche Angst. Eins, zwei, zwei, vier, sechs, sieben, acht, sieben, acht, sieben, elf. Halt! Sollen wir zählen können Sie wohl auch noch nicht. Was? Ja, aber... Das heißt, jawohl, Herr Unteroffizier. Standen? Ja. Wie heißt das? Jawohl, Herr Unteroffizier. Ich höre nichts. Jawohl, Herr Unteroffizier. Ich höre noch immer nichts. Jawohl, Herr Unteroffizier. Na also! Sind ja gar nicht stumm. Nochmal! Aufzählen! Eins, fünf, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sieben, elf, treize, viertel, fünftzehn! Wann? Heute Abend. Nach dem Ost? Wahrscheinlich. 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 Ich weine nicht, Michael. Du... Wir wollen jeden Tag einmal aneinander denken. Ja. Wann? Abends. Um acht? Ja, um acht. Und dann wissen wir, dass wir leben. Und dass es uns gut geht. Hast du Urlaub bis heute Abend? Ja. Soll ich Vater und Tommy sagen, dass sie nicht kommen sollen? Nein. Die sollen ruhig kommen. Also, dass sie nicht kommen können, was man sagt, dass sie nicht kommen müssen ist. Aber anders ist nicht den Aus sight, dass sie nicht kommen können. Das ist ein, das sind... Musik 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 Nun bist du schon 18 Monate und 11 Tage fort. Tommy ist jetzt auch an der Front. Als Stabsarzt. Ach, Michael, wann ist dieser entsetzliche Krieg wohl zu Ende? Ich habe manchmal solche Angst, Michael, um dich. Musik 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 Achtung, Achtung! Wir geben eine Luftlagemeldung. Der starke Kampfverband weiter mit Westfors im Abflug. Es ist in wenigen Minuten mit Entwarnung zu rechnen. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich heiße euch, Hoffnung. Gucken Sie mal, was steht denn da an der Tafel? Sie sind doch im Zivilberuf Lehrer. Hauptsätze, Herr Stabsarzt. Richtige Hauptsätze. Wirklich, Wilke? Richtige? Herr Stabsarzt. Da wollen wir mal sehen, was mit dem los ist. Unterarmstadt, Trümmerung, Schussbruch und Kopfstreibschuss. Na, dann wollen wir mal. Herrgauß, Sie. Vorsichtig. Fertig machen, Wilke. Jawohl, Herr Stabsarzt. Der Arm ist hin. Da ist nichts mehr zu machen, Herr Stabsarzt. Puls? Flattert, Herr Stabsarzt. Blutleere Anliegen? Nein. Ich amputiere nicht. Herr Stabsarzt. Das ist doch wirklich, sich zu mir zu retten. Lassen Sie meine Sorge sein. Jawohl, Herr Stabsarzt. Handtuch, bitte. Handschuhe, Wilke. Bitte. Nehmen Sie mal das Zeug da ab. Reimers? Um die kleine Kopfhunde, ein sterilen Verband. Ding Setter. Spare bear. Dupla. Moskito. Dupla. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, Hannah, ich will dir die Wahrheit sagen. Der Arm heilt gut, ist ein paar Nerven verletzt und die Hand... Ich meine, er wird die Hand nie wieder so gebrauchen können, dass er spielen kann. Nie wieder? Nein. Ach du... Ja, Hannah. Ich habe alles versucht. Wirklich alles. Warum musste Vater auch die Sache mit dem Professor anfangen? Warum musste Michael auch den Osthus hinauswerfen? Weil er ein anständiger Mensch ist. Anständiger als viele andere. Und er hatte Mut. Viel mehr Mut als ich und trotzdem hat das nicht genügt. Tja, man hätte eben ganz andere Dinge tun müssen. Ja. Du hast recht. Kann ich ihn jetzt sehen? Meinen Mann. Tja, Hannah. Aber bitte kein Wort, das er nicht mehr spielen kann. Hanna. Hanna. Michi. Ich bin ja so glücklich. Jetzt ist alles wieder gut. Ja. Du hat Tommy dir gesagt, wann ich entlassen werde? Nein, das hat er nicht gesagt. Aber sieh mal, Michael, wir haben jetzt so lange gewartet. Und ich mag aber nicht mehr warten. So viel Sehnsucht. Johanna, und dann möchte ich auch gerne wieder spielen. Glaubst du, dass ich überhaupt noch spielen kann? Natürlich, Michi. Bestimmt. Haha. Dann werde ich aber üben müssen. Viel üben. Was? Du hast ja dann auch sehr viel Zeit. Hanna. Kein Krieg mehr. Wieder nach Hause kommen. Musik machen. Haha. Kannst du das verstehen? So. Nun darfst du die Augen wieder aufmachen. Die Bibliothek und das Arbeitszimmer. Ja, schön. Genauso wie früher. Und mein Flügel? Erst einmal jemand darf vom Wohnungsamt. Die Bibliothek wird beschlagnahmt. So? Du schau mal, die Wand habe ich auch wieder neu machen lassen. Na? Du hast ja kein bisschen verstimmt. Machst du es leidend den Teppich da drauf? Ja. Der Flügel hat nämlich ein paar Schrammen bekommen. Du, so schön hat er eigentlich noch nie geklungen. Komm, hilf mir. Ah, nein. Kein Krieg mehr. Wieder zu Hause sein. Wieder spielen können. Ja. Und wenn der Gips da weg ist, dann werde ich aber üben. Den ganzen Tag üben. Was ist denn? Tränen? Entschuldige. Ich bin nur froh, dass du wieder da bist. Ja. Prost, Michael. Gesundheit. Nachbrauch und hart. Willst du trinken doch auch gern, Mosel? Leidenschaftlich gern. Leider. Dein Wohlen, Michael. Danke für eure guten Wünsche. Und ich trinke auf eine glückliche Zukunft. Einen Augenblick bitte. Zur Feier des Tages. Prosit. Scherbenbrillenbück. Außerdem haben wir genug von dem Zeug. Was? Haben wir nicht? Nein. Komm, Michael. Nimm mal ein Glas. Danke. Es tut mir leid, aber... Lassen Sie mal erst den Gips abseilen, Michael. Ja. Euer Wohl. Herr Doktor lässt bitten. Danke sehr. Na, und wie geht es ihm jetzt? Ach, Toni. Das habe ich mir gedacht. Und deswegen habe ich dich auch hergebeten. Ja, Hanna. Dann werde ich ihm morgen den Gipsverband abnehmen. Ja? Und dann müssen wir ihm die Wahrheit sagen. Einmal muss es ja sein. Ach, bitte, Tommy. Jetzt noch nicht. Michael denkt nur daran, wann er wieder spielen kann. Ich weiß. Und wenn er es jetzt erfährt, Tommy? Ich glaube, dann geschieht etwas Furchtbares. Sag mal. Bist du überhaupt sicher, dass er nicht schon längst etwas ahnt? Nein. Ganz sicher nicht. Ich bin jetzt sicher. Ja nicht. Ich bin Tahitt. Mit Michafeln Uff. Uff. Vielen Dank. Vater? Tag, Michael. Ist Hanna bei dir? Nein, hier ist sie nicht. Ah, ich dachte... Hallo! Michael! Total verrückt. Oh, entschuldige, Michael. Es hat alles länger gedauert, als ich dachte. Wo warst du denn? Zuerst war ich noch beim Kaufmann. Habe ich noch eine Ewigkeit warten müssen. Und dann war ich hinterher noch ein Sprung bei Tommy. Was wolltest du denn bei ihm? Es war deinem Wegen bei ihm. Der lässt dir sagen... Was machst du denn für ein Gesicht? Ich? Du! Du möchtest morgen zu ihm kommen. Das hätte er mir auch selber sagen können. Natürlich hätte er das. Aber vielleicht wollte er mir die Freude lassen, es dir zu sagen. So? Was denn? Der Gips wird morgen abgenommen. Ja? Ja? Gott sei Dank. Michael! Was ist denn los? Meine Finger bewegen sich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Als ob ich das vergessen hätte. Aber Michael! Tommy hat dir doch alles erklärt. Der Arm hat doch monatelang... Was habe ich davon, wenn Tommy mir das erklärt? Sie bewegen sich nicht mehr! Komm! Geh schlafen. Wir werden morgen mit Tommy darüber sprechen. Tommy! Tommy! Immer wieder Tommy! Meine Finger! Ich denke, jetzt sollen sie sich bewegen. Der Finger und dann der Finger. Aber sie bewegen sich nicht. Sie bewegen sich nicht. Hörst du? Sie bewegen sich nicht! Die können sich auch gar nicht bewegen. Im Übrigen, Herr Reimers, es gibt Schlimmeres als eine gelähmte Hand. Sehr viel Schlimmeres. Sie haben doch noch fünf gesunde Finger. Fünf Finger, Herr Professor. Sie haben recht. Aber wie soll ich denn spielen? Ich bin Pianist. Ich weiß. Und trotzdem, Sie können von Glück sagen, dass sie in der Arm erhalten geblieben ist. Gestern fragte mich ein Blinder, womit er sehen soll. Der Mann ist Maler, Herr Reimers. Herr Professor, meine Hand bleibt also so... So? Nein. Vermutlich wird sie mit der Zeit wieder etwas beweglicher werden. Aber spielen? Ausgeschlossen. Das ist doch nicht das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Aber er kann ja nicht mehr spielen. Nein. Das kann er nicht mehr. Da seid ihr ja. Hübsch. Immer hübsch zusammen. Michael. Ja. Wollt ihr weiter lügen? Ja, ich weiß es. Ich werde nie mehr spielen. Habt ihr es gehört? Ich werde nie mehr spielen. Michael. Du hast es gewusst. Und Sie auch. Ihr alle. Ihr alle habt es gewusst. Ihr habt mich belogen. Uns gemein belogen. Niemand hat Sie belogen, Michael. Aber ich durfte es Ihnen bis heute nicht sagen. Lassen Sie bitte Hanna aus dem Spiel. Die Verantwortung trage ich als Arzt ganz allein. Dr. Benningkopf, Sie vergessen, dass Hanna meine Frau ist. Sieh mich doch nicht so mitleidig an. Ich will kein Mitleid. Hörst du? Ich will kein Mitleid. Ist ja doch auch alles Lüge. Alles Lüge. Sie sollten sich schämen. Schämen? Ja. Aber ich schäme mich für Euch. Michael. Michael. Achtung! Der aus Kassel verspätet gemeldete Personenzug zur Weiterfahrt in Richtung Flensburg hat jetzt Einfahrt am Bahnsteig 3. Du bist das nicht im Robben. Du bist das nicht im Robben. Ich schäme mich für ihn. Da ist die Nähe. 0ll. 0. 0. 0. – Na, Schwester, Magdalene. – Na. – Na, was Neues? – Nein. – Keine besondere Fokussung. – Und was macht der Blinddamm auf einer Sonsen? – Er hat Durst und jammert, dass er nichts zu trinken bekommt. – Na du, wo kommt denn der her? – Von mir? – Ich dachte für Ihre gerettete Sammlung. Vielleicht macht es Ihnen froh. – Geige Schwester Marianne. – Wieso hatten der Junge wieder 39,2? Wann haben Sie den gemessen? – Um sechs Uhr, Herr Doktor. – Dann messen Sie um neun noch mal und geben mir Bescheid. – Wir hören eine Aufnahme des B-Moll-Konzeptes Opus 23 von Peter Tsiakowskis. – Es spielte Michael Reimers. – Übrigens, hat sich Herr Reimers gemeldet? – Nein, Herr Doktor. – Ja, Herr Doktor. – Ja, Herr Doktor. – Ja. – Ja, Herr Doktor. – Ja, Herr Doktor. – Ich komme auf den Sprung vorbei. – Du, was ist mit Michael? – Hast du was gehört? – Nein, nichts. Ich habe nichts erfahren können. – Ach, Tommy. – Komm doch bitte herein, ja? – Ich muss wirklich weg. – Ich halte diese Ungewissheit nicht mehr aus. – Ich kann nicht mehr. – Aber, Hanna. – Jetzt sind es schon drei Wochen, dass ich keine Nachricht mehr habe. – Hanna, nicht unterkriegen lassen. Kopf hoch, Nerven behalten. – Ach, Tommy. – Hätten wir es ihm doch gesagt. – Hätten, hätten. – Ich war so lange. – Wenn du weg hast, Hätten. Просто sein Vaterkliber ist jetzt... –udem wirst er bestehen möchten. – Hätten, hätten. –iga. – Ich mich noch da sein mit, – sliding,обще-macht so nach Moruch der Wälderburt – Gäste Rundfameter zu Angst. Das Männlein steht im Walde auf einem Bein und hat auf seinem Kopf ein schwarzes Käpplein klein. Sagt, wer macht das Männlein sein, dass er steht auf einem Bein mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Sagt, wer macht das Männlein sein, dass er steht auf einem Bein mit dem kleinen schwarzen Käpplein. Mutter, mein Juni. Sagt, wer macht das Männlein sein. So, Schluss für heute. Wiedersehen, Junge. Junge, du schläfst ja noch nicht. Du fieberst ja. Warte, ich kann nicht mehr spielen. Das wird sich alles finden, mein Kind. Weißt du, was das für mich heißt? Nicht mehr spielen können. Ja, Michael. Und Hannah weiß es auch. Sie hat dich überall besucht. Auch hier. Aber jetzt sollst du nicht daran denken, sondern schlafen. Ganz fest schlafen. Ja, Mutter. Schlafen, mein Kind. Mein Junge ist gekommen. Gott sei Dank. Lüge. Lüge. Sie heißen euch hoffen. Ich will kein Mitleid. Hörst du? Ich will kein Mitleid. Es steigt nach ihm. Als Arzt hätten Sie die Pflicht gehabt. Gerade als Arzt, Dr. Benneckhoff. Acht Uhr. Gleich acht Uhr. Oder war das auch nur ein? Die Wahrheit, Hannah. Ihr habt mich gelogen. Ich will doch nur die Wahrheit wissen. Hannah. Sie haben recht, Herr Professor. Aber ich bin Pianist. Pianist, Herr Professor. Ja, meine liebe Frau Reimers. Mit dem Gesundwerden, da ist das so eine Sache. Nervenfieber. Da muss man gesund werden wollen. Helfen Sie mir doch, Herr Doktor. Was soll ich tun? Alles, was eine Mutter nur tun kann, Frau Reimers. Vor allem, jede Störung vermeiden, ja? Ihn nicht mit Fragen quälen. Und die Hand, die sehen Sie gar nicht. Herr Doktor Benneckhoff. Sie scheinen zu vergessen, dass Hannah meine Frau ist. Herr Doktor Benneckhoff. Alles vergeblich. Auch dem Postamt sagen Sie, Hamburg meldet sich nicht. Dann werde ich es versuchen. Bitte kommen Sie herein. Sie bringen mir Nachricht von meinem Mann? Ja. Herr Reimers ist zu Hause. Zu Hause? Bei seiner Mutter. Er ist sehr krank. Und warum hat man mir nicht sofort Nachricht gegeben? Ihr Mann brauchte Ruhe. Und braucht sie auch noch jetzt. Ruhe? Von mir? Nach allem, was vorgefallen war. Hat mein Mann Ihnen erzählt? In Fieber? Ja. Ach. Sie haben meinen Mann gepflegt? Ich habe Frau Reimers bei der Pflege geholfen. Und hat nicht gesagt, wohin sie gegangen ist? Sie spricht nicht viel seit damals, als Sie Ihren Mann geholt haben. Sie hat ihn nie wieder gesehen. Dann hat sie viel durchgemacht. Schweres. Ich werde sofort mit Ihnen fahren. Ich glaube, das ist noch zu früh, Frau Reimers. Ihr Mann muss erst wieder zu sich selbst finden. Herr Reimers? Würden Sie bitte mal auf den Sprung reinkommen? Ja, gern. Jungs, ich muss doch mal auch kurze Zeit weg. Ich werde Herrn Reimers bitten, mich zu vertreten. Ganz schön, Herr Reimers. Der Aufsatz wird zu Ende geschrieben. Oh! Doch, 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 doch. Ach, Herr Reimers, es ist nett, dass Sie gerade vorbeikommen. Dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? Selbstverständlich, gern. Dann passen Sie doch bitte auf, dass die Jungs keinen Umruf machen. Ich muss schnell noch mal zum Bürgermeister. Also, Jungs, das ist Herr Reimers. Guten Morgen, Jungs. Guten Morgen, Herr Reimers. Vielen Dank, das ist furchtbar nett von Ihnen. Oh, das mache ich schon. Einen Stock habe ich schon mitgebracht. Na, 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 Ruhe. Nein, der ist bei uns nicht nötig. Also, benehmt euch anständig. Wiedersehen, Herr Reimers. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Musik Wie das Schellensmacht zu sehen, saß in jedem Freude. Grüßlein, 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 grüßlein auf der Heiland. Wer kann euch keine zweite Stimme singen? Na dann kommen alle her! Also die zweite Stimme geht so. Grüßlein, 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 grüßlein auf der Heiland. Ihr könnt's ja schon. Also jetzt singen wir mal die zweite Strophe, beide Stimmen zusammen. Ja. 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 Die Jungen sind drauf und dran, mir einen neuen Weg zu zeigen. Ach so. Ach das, das war doch nur Zufall, Michael. Wissen Sie, ich hab mir gedacht, ich teile sie erst einmal in drei Stimmen ein. Die Volkslieder, die können sie ja schon großartig. Aber später, da will ich auch mal an schwerere Sachen herangehen. Aber dafür muss ich natürlich erstmal technisch mit ihnen arbeiten. Singen und singen ist nämlich ein Unterschied. Und ohne sie wär ich doch gar nicht darauf gekommen. Aber Sie sind doch Musiker, Michael. Wieder geworden. Das Material von den Jungen ist so gut. Also Franziska, aus denen mach ich einen richtigen Chor. Und dann geben wir Konzerte und dann... Sie sagen ja gar nichts mehr. Finden Sie es nicht schön? Doch, aber... Sie haben doch etwas. Ja. Und ich muss es Ihnen jetzt sagen. Ich war bei Ihrer Frau. Bei Hanna? Sie ist in großer Sorge um sie. Und dass sie Ihnen damals die Wahrheit verschwiegen hat, das hat sie aus Angst getan. Und aus übergroßer Liebe. Das hat Hanna Ihnen selbst gesagt? Mhm. Ist das wahr? Sie müssen ihr jetzt schreiben, Michael. Ja. Tommi! Herr Doktor Benninghoff lässt... Tommi! Also gehen wir nicht ins Theater. Nein, Tommi, ich kann nicht. Michael kommt bestimmt. Nach diesem Telegram muss er kommen. Tommi, ich bin ja so glücklich. Aber du freust dich ja gar nicht. Natürlich brauche ich mich. Besonders für dich, Hanna. Nein, 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 nein. Du freust dich nicht genug. Ach Tommi. Du sollst genauso glücklich sein wie ich. Na hör mal, schließlich hast du ja auch einen Grund, nicht? Könntest du auch haben. Weißt du eigentlich, dass du ein sehr gutaussehender Mann bist? Du tu mir einen Gefallen, mach mich bitte nicht nervös. Aber dass du ein furchtbar lieber und netter Tommi bist, das weißt du doch. Äh, nein, nein, nein. Und deine Schwester Marianne, dass die reizend aussieht, hast du das noch nicht gemerkt? Ach nee, findest du? Du, die hat sehr hübsche Beine. Äh, was? Beine hat sie auch? Und sowas nennt sich nun Chirurg. Es muss weg, Tommi. Nach Hause. Michael kommt. Tschüss, Tommi. Herr Doktor, die Dame von Nummer 46 sagt, sie stirbt, wenn sie sich nicht sofort persönlich um sie kümmert. Bestellen Sie einen schönen Gruß und geben Sie ihr Brot um mich. Tschüss, Tommi. Wiederschauen, Hanna. Wiederschauen, Schwester Marianne. Und viel Glück. Schwester Marianne, ich habe da wieder zwei Karten für heute Abend. Für die Oper? Nein, Kammerspiele. Der Liebe, Leid und Lust schickst Bier. Hätten Sie Lust? Aber ich brauche wirklich nur einen Karten. Ja, ich meine, vielleicht könnte... Wie? Ich meine, vielleicht könnte ich mal mitgehen. Wie? 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 езд Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Musik